Viele Schals, bis vor dem Ruf, bis nach Schuss. Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fehlt mit Tränen, Gas und Wasser, wer fahren durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan.